Ich bin heute unterwegs auf Schloss Lembeck, das ist übrigens bei Dorsten und zwar zu der Ausstellung Landpartie. Beste Grüße gehen übrigens an dieser Stelle auch schon mal raus an Kittmar von Eternal Fantasy, der war so lieb und hat mir die Karten zur Verfügung gestellt. Also wirklich besten Dank, Kittmar. Ich bin immer noch total happy und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal los. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Also verhungern werdet ihr hier übrigens nicht. Hier gibt es ganz viele Essensstände. Oh, total viele leckere Sachen hier. Guckt euch das mal an. Oh Gott, Regen ist am Start. Oh je. Okay. 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 Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause. Wir haben beide totalen Hunger. Wir haben uns jetzt, ich glaube, eine dänische Currywurst geholt und irgendein Getränk. Ich zeige euch das einfach mal. Sieht aber wirklich lecker aus. Bisher wirklich ein toller Tag, muss ich sagen. Wir gönnen uns jetzt erstmal eine Currywurst Dänisch. Meine Mutter hat sich noch so ein Erdbeergetränk geholt. Irgendwas Alkoholfreis. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich probiere das mal gleich. Erdbeerschorle. Erdbeerschorle. Ach, Erdbeerschorle erfahre ich gerade. Lemberger Traun habe ich jetzt gerade festgestellt. Okay. But we managers windows auch meld. Heuer die Schraub Susan. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020